Moin sind's YouTubes und herzlich willkommen zurück zu GTA Online. Das Lowrider DLC. Jawohl, genau. Das ist richtig. Mit dabei haben wir wieder den André. Und den nervigen Lamar, der nehmen wir mal die anderen davon an. Okay, irgendwas mit Fliegen war dabei. Ja, jetzt ruft er mich auch an. Nice. Wo wir dahin müssen? Bist du eigentlich bei mir in der Lobby? Ja, bist du perfekt. Optimum. Optimum Prime. Nee, ist woanders. Aua. Blöde Leitplanke. Oh, hier ist es. Funden. Irgendwie in so einer Mall oder so ist das, glaube ich. Wieder zwei Spieler, ne? Richtig, richtig, richtig gut, Mann. Wird heruntergeladen. Das ist auch gut, eigentlich ganz gut, dass wir jetzt die ersten mit Random gemacht haben. Dann hätten sie jetzt immer das Problem, wenn wir in einem Random machen, wer spielt dann nicht mit? Boah, das ist eine G-Sache. Der Typ ist voll fett. Wir sind jetzt noch im Kreuz. Einstellung bestätigen. Meine Freunde von Freundesliste RTL2E. Ja, Laserlass. Der Hacker hat einfach eine KD von 1,31. So, dann starten. Und let's go. Gucken, was jetzt hier abgeht. Befreie Geralt aus dem Polizeigewahrsam, bevor er ausgeflogen wird. So rum. Ach, das ist Geralt. Den Typen kennen wir sogar, ne? Ja. Das ist der Typ, der die Drogen immer annimmt. Warum müssen wir so einen Billigkarren haben? Ich bin der Grün. Mann. Können wir zusammen fahren? Geht das wohl? Wenn wir ihn befreien müssen, das sind nur zwei Sitzer. Äh, das muss man nicht. Oder so. Absprache wie der Beste. Weil ich denke, es macht schon keinen Sinn, dass hier zwei Autos stehen. Nein. Dumm. Ups. Vor allem, ich hätte so locker dran vorbeifahren können, ne? Und dann, bam. Er ist mal die Motorradfahrer töten. Der war nicht tot, der ist aufgestanden. Dumm. Scheintot. Ich glaube, wenn wir das lesen würden, oder hören würden, dann würden wir auch verstehen, was wir machen müssen. Nein. So ist es viel lustiger, wenn wir das nicht wissen. Zumal die haben jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen Dampf unter der Haube. Ich spreng in die Tür des Wagens auf einem Fre... Oder... Da ist Gerald irgendwo. Ich spreng in die Tür des... Was soll das tun? Was soll das tun? Ich auch. Ich glaube, wir müssen erst die Polizisten ausschalten, oder? Keine Ahnung. Ich denke. Hi, Polizei. Was geht ab? Alter, hier sind so viele Bullen, ne? Hier sind nicht nichts und nichts ohne Reihen. Ach, du Heilige. Jetzt wird ich getroffen. Ich werde gerade hart getroffen. Ich werde gerade hart getroffen. Weg damit, weg damit, weg damit. Hinter... Deswegen werde ich so hart getroffen. Kein Wunder. Jetzt müssen wir müssen da schneller hin. Der kommt viel zu viele Cops. Schaffen wir nie im Leben. Ich bin fast tot. Hast ihn raus? Sehr schön. Die Cops alle tot. Die noch waren. Los. Weg hier. Wir haben ein Problem mit dem Helikopter über uns. Komme ich jetzt dran. Erstmal weg hier. Genau. Gute Idee. Das ist so gut bei der Lowein, da kannst du den Kopf nicht einziehen. Weil das auch über A-Taste funktioniert. Hm. Fuck, ich hab's nämlich mies gegen die Wand gedrückt. Hm, mich auch. Und kommst... Ah, du kannst aber noch fahren, ne? Ja, ja. Perfekt. Hier, ich auch. Weg hier. Dito. Dito. Äh, da hätten wir abgemusst. Okay. Ja, wir müssen jetzt momentan irgendwo hinfahren, oder was? Das ist ja okay. Ja. Fahrt nun vorbei, genau. Ja. Sorry. Der schiebt mich nicht. Pff, was zur Hölle? Aber wir bauenst du so von mir rum. Der rutscht wie Scheiße. Nein, na gar nicht so. Aber die haben dir selbstverständlich die Reifen zerschossen, oder so. Nein. Noch versprühen keine Funken. Noch. Das kommt gleich aber noch. Wir hängen die größere Ware da ab, ne? Mega gut, eigentlich. Achtung, von vorne. Oh ja. Stimmt. Ich habe mir irgendwie sexy gemacht. Den habe ich nämlich getroffen. Das war auch irgendwie sexy gemacht, ne? Ja, klar. Nimmt sich dran vorbei. Noch einer von vorne. Scheiße. Ja. Da war noch was anderes. Ah. Da passt es doch nicht durch. Nein, pass ich nicht durch. Noch was von vorne? Kommst dran vorbei? Ja. Ich lasse dich mal vorfahren. Du hast den Typen dabei, das macht ja gar keinen Sinn, aber okay. Wenn ich mich als Ramburg vorfahren, naja, egal. Jetzt ist Platz, wenn du hier jetzt freu. Lol. Ich bin gerade die Kopf am abschütteln. Ich auch. Aber nicht mehr lange. Komm, Gummi, 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 Gummi. Ich habe den Kopf immer noch einmal abschütteln. Du auch noch? Ja, ja, ja. Helikopter. Ja, der Helikopter sieht mich jetzt. Fuck. Ja, Helikopter hat mich gesehen. Scheiße, dann bretter einfach durch bis zum gelben Punkt, egal. Versuchst du zumindest zum gelben Punkt durchzubrettern. Helikopter sieht mich gleich auch. Ich bin in der Nähe, Held. Ich kriegst wieder das Kopf. Ja, ich merke das. Mein Kopf sind weg. Nein, ich habe noch drei Sterne. Ja, aber ich nicht. Lass ihn im Umsteigen. Bei mir ist es sicherer. Wird jetzt oben bleiben sollen. Scheiße. Ja, ich habe es gemerkt. Ist, glaube ich, aber egal, oder? Ist eh am Strand. Hm. Eigentlich ja, ne? Das ist egal. Bleib unten. Ich bin jetzt wieder unten. Ja, toll. Schüttel die Bullen ab. Ja, genau. Das ist ja auch. Das ist ein bisschen kacke. Ja. Du hast noch Kopf, ne? Ja, ja. Drei Sterne. Und der Helikopter ist auch noch hinter dir? Keine Ahnung. Wie ist der Helikopter? Ist das schon mal gut? Ich würde sagen, wir werden loswerden. Wenn doch nur keiner kommen. Das wäre schön. Wenn einer kommt, ich ramme den weg. Wenn einer kommt, dann hast du die Bullen. Nee, irgendwie nicht. Äh, wir müssen vielleicht beide Bullen frei sein. Pssst. Von vorne und von hinten kommen dann. Na, toll. Von, warte, ich ramme den hinten weg. Ich sehe den hinten nicht. Zu spät. Schon gesehen? Ja, fuck. Die haben von unten, von der Rampe aus gesehen. Warte. Und da hinten ist auch ein Tunnel, oder? Okay, euer Stern. Weil die mich gerammt haben. Okay, ich bin ein bisschen provokant vor dir vorgefahren, aber... Das muss ja keinerweise zählen. Ach, scheiße, da kommt wieder ein Helikopter und so. Bin im Tunnel. Verlierst du sie? Ja. Ich auch. Der Tore ist. Vor uns ist einer... Die fahren hinter uns her. Wenn wir jetzt langsam fahren, dann geht das. Hinter uns ist die Spont. Da sind wir noch immer noch welche hinter uns. Zwei Stück. Hinter uns sind keiner. Zwei Stück, aber auf der Straße noch weiter hinten. Guck mal, auf die Minimum. Ja, also zurückfahren. Aber langsam, langsam. Guck mal, du siehst sie gerade. Die beiden. Vor uns. Fahr, 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 fahr. Weißt du, die haben uns wieder. Ja, da ist der Nächste. Ich sag doch, standen noch zwei. Die zwei meinte ich ja. Ja, die wurden mir aber nicht angezeigt. Du hast keinen Helikopter momentan. Fahr mal auf den Strand. Weil wir können die mit den Karren abschütteln. Die sind zwar nicht schnell, aber wir können die damit abschütteln. Weißt du nicht, wie das Verhalten auf dem Strand ist. Also meine ist auf Asphalt schon scheiße. Da sind die gleichen Karren, hast du dir bewusst, ne? Aber wir schütteln sie ab, siehst du? Ja. Dann, warte, warte. Lass uns einfach aussteigen und auf die Jetskis. Ja. Folgt ihr? Helikopter, scheiße. Ja. Schaffen wir das schnell genug? Doch, ich komm weg, aber du nicht, ne? Doch. Du hast es auch geschafft, nice. Jetzt schnell nach rechts. Kommt noch ein Boot. Wir haben's. Ich bin weg. Ich bin weg. Nice. Wo ist Gerald? Ist der hinten bei dir drauf, oder was? Ja. Lol. Und fahren wir mal wieder zu unseren Autos? Genau. Hey, wo sind die Autos hin? Das frag ich mich auch gerade. Ich hab ein neues Auto, ein neumotisches Auto. Sport, die sporten einfach unsere Autos, ey. Gut. Wir sind jetzt Fußgänger. Ich bestimme immer eine Insurgent. Ähm, wo war der nochmal dabei da, ne? Ja, da ist er. Ich bringe es dir. Das ist der einzige vier Sitzer, den ich habe, glaube ich. Guck mal, hier stehen Nutten, oder? Dumm, Kuruma. Gibt's auch noch. Stimmt, ja. Hier stehen Nutten. Dumm, da ist was Grünes gespawnt. Hier stehen Nutten. Das sind gar keine Nutten? Das sind, glaube ich, gar keine Nutten. Bin ich mit? Warte, warte, warte. So. Ja, steig ein. Ich hab ein bisschen Angst, dass du mich umfährst. Hinten sitzt Geralt. Ich weiß. Ey. Wie er auch direkt aussteigt. Ja, warum wohl? Lustig, ein Geralt. Upsi. Unten. Warte, warum? Nutten. Wolltest du ihn noch mitnehmen? Nutten müssen schlucken. Dumm. Oh, die Folge wieder ab 18. So. Das war alles. Warte, bis Geralt in den Lowrider gestiegen ist. Er ruft uns später an. Jawohl. Bitte, jetzt kommen die Cops und verhaften ihn wieder. Das wäre so geil, einfach. Direkt auf dem Parkplatz noch. 15 Japano-Punkte. 16.000 Cash. Aber an dieser schönen Stelle sage ich erst wieder Danke fürs Zuschauen. Lasst eine kleine Bewertung, wenn es euch gefallen hat. Und schaut auch beim nächsten Video da rein. Wenn es wieder heißt, GTA Online Lowrider DLC. Ciao, ciao. Ciao.